Eine bessere, schwere Kriegskunstwaffe werden wir jetzt gerade nicht haben. Dafür haben wir jetzt das Schild, was zwar 5 weniger Rüstung hat, aber um einiges mehr Stärke. Oh, den hätten wir schon längst anziehen können. Haben wir auch eine passende Hose? Na, ich glaube, der da ist halt am besten. Nehmen wir noch Ring, äh, Ring. Tragen wir schon das Beste, was wir gerade tragen können? Gut. So. Gut, die Menschenruhende muss noch etwas warten. Ich glaube, mein Paladin hier unten ist gestorben. Ja, sieht fast da noch aus. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Gut. Ja, ich wollte den Ork austauschen und ich wollte den Hexer austauschen. So, sie hat bereits ihre komplette Rüstung. Sie braucht nur Ringe und Waffen. Warum trage ich den Mondstein nicht, frage ich mich gerade. Der ist nämlich auf jeden Fall besser als das Teil. Und den tauschen wir auch mal aus. So. Sie kriegt... Jetzt kann sie Stichwerfen und Bogen, also Magie braucht sie nicht unbedingt. Dann kriegt sie den und den. Äh, wie viel Bogen hast du? Neun. Okay, hier habe ich einen neuner Bogen. Ich habe Ahrens Zorn, der passt ja ganz gut zu dir. Und einen Drachenzahn, ja. So, du hast auch Stichwaffen 4. Ja, kriegst du ein stumpfes Burtsschwert und so eine Kugel. Oh ja, eine Erdrobe, du bist ja ein Elementarmagier. Ziemlich ausgefallener. Eine Obsidianmaske des Magiers. Da du keine besseren Ringe tragen kannst, die wir gerade haben, kriegst du die beiden. Die Rune ruft. Die Rune ruft. Da wir mehr als genug Holz haben, wenn ich erst einmal anfange. Zum Ruhme Ahrens! Das Bauwerk ist vollendet. So, jetzt noch ein mittleres Haupthaus. Dann hier oben die ersten 5-Lenia-Sammler hin. Oh ja, werde ich. Wenn ich mit meiner Holzproduktion anfange will, schicke ich Elfen hier runter. Die errichten mir da eine zweite Holzproduktion. Die Rune ruft. Die Rune ruft. Ja? Sofort. Das ist nicht weit. Was ist euer Begehr? Sprecht. Was ist euer Begehr? Dass ihr mir hier oben einen... Ne, einen Leniassammler errichtet. Wie ihr wünscht. Ja? Meine heilige Pflicht. Was ist euer Begehr? Auf der Stelle. Auf der Stelle. Die Rune ruft. Auf der Stelle. Ich eile. Was ist euer Begehr? Ich eile. Sprecht. Ich eile. Was ihr wollt. Was ihr wollt. Sofort. So, was will ich denn, dass ihr hier einen Förster errichtet? Was ist euer Begehr? Sprecht. Rasch. Das Bauwerk ist vollendet. Ja? Ja? Und ich merke gerade, ich habe noch gar kein Eistuch. Ne. Das Bauwerk ist vollendet. Es ist mir eine Ehre. Was ihr wollt. Meine heilige Pflicht. Bereit für den Kampf. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Gebiet sichern. Was ihr wollt. Auf der Stelle. Zu Diensten. Dann los. Auf der Stelle. Und ja, ich baue hier gut ein. Sprecht. Dann. Das Bauwerk ist vollendet. Das ist mir eine Ehre. Was ist euer Begehr? So sei es. Ich hoffe mal nicht, dass die Luzien dann während der Nacht alle aggressiv werden. Das Bauwerk ist vollendet. Und ja. Zur Stelle. Versuchen die Verteidigung einzureißen. Auf der Stelle. Zur Stelle. Ich bezweifle es aber mal, weil so weit können die Türme ja auch nicht schießen. Zum Glück. Das Bauwerk ist vollendet. Die Rune ruft. Zum Ruhme Ahrens. Was ihr wollt. Na ja, ich werde hier nicht sparsam sein, was die Verteidigung angeht. Verfügt über mich. Habe verstanden. Dort entlang. Rasch. So, ihr seid da. 6. Also gibt es hier erst einmal nicht eine Först, sondern eine Segemühle. Zum Ruhme Ahrens. Das Bauwerk ist vollendet. So, noch einen Leniasampler brauch ich. Was ist euer Begehr? Dorthin. Ich eile. So, als nächstes eine Schützenhalle. Herr der Rune? Dann los! Hier bin ich. Schon auf dem Weg. So. Kein Problem. Euch verteid ich mal. Also ja, das sollte gegen Luciens reichen. So. Und jetzt noch hier einen Meisterholzfeller. Auf der Stelle. Ah, ich glaube ich muss noch genau die hier verteilen. Gut. 45, 45, das ist noch eine Weile hin. Hier 45 und 34 ist auch noch ein bisschen hin. Okay. quiq. Einen nicht. Ok. Die Feuerbahn langsamer bei. Hier gibt es noch ein paar Sachen. Die Feuerbahn. Irgendwann. Die Feuerbahn. Die Feuerbahn. Das ist nicht neu. Die Feuerbahn. So, das nächste Level Up hier rein, dann die nächsten vier Level Ups hier rein und dann wieder hier rein. Ein Level Up. Ja. Und ja, ich sollte jetzt speichern, fällt mir gerade so auf. Also, das BK kann ich löschen. Und wir können das Let's Play überschreiben. Und dann mache ich jetzt einen Cut, weil wir überziehen schon ziemlich stark. Also, bis gleich.